Nun sind wir schon im Jahre 2000, vor der Zeitrechnung, versteht sich. Und wenn wirklich wieder Räuber kommen, dann geht die Alarmzeichen mit Rauch. Denn bis die Telegrafie erfunden wird, ist das eine brauchbare Übergangslösung. Die Olympischen Spiele finden in Olympia statt, einer Kultstätte für Zeus und dessen Gattin Hera. Nieder mit Cäsar! Nieder mit Cäsar! Es beginnt das Jahr Null unserer Zeitrechnung. Die Geschichte von der wundersamen Nacht in Bethlehem wird sich über die ganze Welt vertreten. Ich erkläre den Heiligen Krieg gegen Persien! Und es ist eine Menge Verkehr auf den Straßen. Die Franken, die Goten, die Jüten, die Angeln, die Bretonen, die Germanen und die Schweden. Mehr wenn ihr mich wiederseht? Ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht.